So, also nachdem wir uns begrüßt haben, würde ich bloß ganz gerne schauen, ob alle da sind. Schauen wir mal ins Tagebuch rein. Entschuldigt ist niemand, müssten also alle da sein. Dann tragen wir doch gleich mal ein, was wir heute machen. Nämlich das Peer-to-Peer-Feedback über unsere E-Books. Ihr braucht bitte euer Handy bzw. dann die Tablets, die wir dazu haben und ihr setzt ja bitte schon mal in den entsprechenden Gruppen. Ich würde euch dann bitten, dass ihr, wenn ihr euer Handy aufmacht, in die ganzen Gruppe reingeht, bei unserer Austauschplattform und Kommunikationsplattform, dann bitte mal in die Gruppe reingehen, 9a Geschichte, und da findet ihr dann die Dateien dazu von den Sachen, die wir gemacht haben, was die Bewertung von E-Books und so weiter angeht. Wir starten jetzt unsere Austauschplattform auf unserem Handy und gehen dann zu Teams. Dann gehen wir da oben auf Dateien und dann haben wir unsere Dateien, die wir für unsere Analyse brauchen. Wir müssen die E-Books unserer Mitschüler bewerten. Dafür haben wir diese Bögen. Und wir müssen halt verschiedene Gruppen bewerten, also zwei verschiedene. Und dann müssen wir dann später das mit unserer Klasse mitteilen. Also man kann eindeutig sehen, dass es kurze Sätze sind und Stichpunkte mit Bildern. Deswegen würde ich bei optischer Gestaltung einen Plus machen, also dass es gut ist.